Jo, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Es geht um Logi. Logi hat endlich einen Freund gefunden. Nach langer Schalk hat die endlich einen Freund gefunden. Ja, ich wollte es auch nicht glauben, aber die hat einen Freund gefunden. Ich kurze gleich noch ein Ende. Kurze Audio mal abwählen. Da sagt die ein bisschen was und da redet auch ihr Freund ein bisschen, aber nicht viel. Und ja, endlich hat die im Freund gefunden. Hat lange gegauert, aber die hat es jetzt endlich geschafft, Leute. Übelst lange gegauert. Verarscht die Balkan Männer in Inkaneck? Natürlich. Verarscht die Balkan Männer in Inkaneck? Das macht die Balkan. Wo die erste im Freund kack und glücklich vergeben ist, verarscht die Balkan Männer in Inkaneck. Leider Gokkes. Und wenn ihr wissen wollt, was von der Männer, die von Mika verarscht hat und alles, folgt mir auf Inkaneck, weil das kann ich hier bei YouTube nicht posten. Deshalb folgt mir auf Inkaneck. So, liebe Freunde, jetzt kommt die Audio von Logi und ihr Freund. Und ja, jetzt kommt die Audio, liebe Freunde. Und natürlich, Logi, falls du das reden, Gokkes. Ich wünsche dir natürlich viel Glück mit deinem Freund. Ich hoffe, eure Beziehung hält lange an. Ich hoffe, ich grüße euch natürlich die Glauben. Und ja, liebe Freunde. Und vergesst nicht, Leute, folgt mir auf Instagram, um mehr Logi-Content zu erhalten. Ja, folgt mir, weil alles kann ich hier bei YouTube leider nicht posten. Das ist das Problem, liebe Freunde. Ich muss mich leider an YouTube-Richtlinien halten. Und jetzt kommt die Audio, los geht jetzt. Ich liebe meinen Freund so sehr, so, so sehr. Ich kuschel den ganzen Tag, küsse ich den Kuschel. Ich liebe meinen Freund.